Dala, jetzt bin ich auch wieder für euch da, sorry. Frende, wo... Boah, was fliehen die denn alle gerade? Vielleicht ist ein Hauptauftrag, auch. Ähm, ach hier rechts ist auch ein Assassin. Hi. Öh, scheiße. Wollte ich nicht. Na. Zack. Na komm. Kabusch. So. Schon wieder eine Koop-Mission. Was, werden Köpfe rollen? Was, nochmal? War ich hier nicht gerade erst? Hä? Na super. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ähm. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Der Kult ist... Da möchte ich gerne hin. Wo ist denn das? Ach so, das ist hier unten, ne? So. Ah, hier drin. Okay. Verstanden. Servus, Freunde. Hi. Sehr schwierige Mission. Kaufen Sie Fähigkeiten oder Ausrüstung, ein Stück, um Ihr Level zu erhöhen. Echt jetzt? Wenn ihr den Kult von Baphomet beitreten wollt, müsst ihr zwei heilige Kelche aus der Kathedrale Notre-Dame stehlen und zu mir bringen. Mh, okay. Mh, okay. Scheint nicht so einfach zu sein. Wir sollten angeblich bessere Ausrüstung kaufen. Machen wir natürlich nicht. Gar kein Problem. Wir machen das so. Wir sind so geskillt. Fortgeschrittener Rekrut. Ach, wie cool. Ich habe einen neuen Status. Hö. So. Wo kommt man hier denn überhaupt rein? Ich vermute einfach mal nicht hier. Nicht übers Dach vermutlich. Äh, Scheißidee. Warum mache ich das? Aber ich drücke einmal A und dann springt der direkt in den Tod. Kommt man hier rein? Nein. Vielleicht über... Vielleicht vorne hier? Ich laufe mal erstmal außen rum, weil ich gehe davon aus, dass man... Vorne vielleicht auch reinkommt. Hier. Da ist ein Tor. Hier hoch und dann hier rein. Ah, hier durch den Kirchturm runter? Kommt man hier? Nein. Äh. Wie komme ich denn hier bitte rein, Freunde? Komme ich hier? Nee, komme ich auch nicht rein, ne? Äh. Wo komme ich denn hier rein? Sag mal. Scheiße. So. So. Da. Auch nicht. Das ist doch unglaublich. Muss ich echt durch den Fronteingang? In dem Gebiet gibt es eine Alarmglocke. Gab es vermutlich mal. Ach nee, gibt es immer noch. Oh. Deine Saarge. Na, farrig. Na. Ja. Nein. Oh Gott. Ja. Gnarf. Wie nehme ich mir denn jemanden als menschliches Schutzschild? Das wäre ganz interessant zu wissen. Hm. Ja. So. Ich würde sagen, ich gucke mal gerade kurz nach, wie die Mission ablaufen soll. Wo man da rein muss. Äh. Oder such mal gerade ein bisschen offscreen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. So. Da bin ich auch schon wieder. Ähm. Habe mich. Ähm. Ja. Informiert. Würde ich noch nicht mal behaupten. Ähm. Ich bin jetzt gerade, glaube ich, irgendwo hingegangen. Äh. Ich hatte leider gerade keine Zeit, mich zu informieren, leider. Allerdings habe ich, ähm. Wie komme ich denn denn drunter durch? So? Hä? Wie geht das denn? Äh. Äh. Blö. Was? Ähm. Ja. Ich hatte gerade eben diese Treppe gesehen. Dachte, vielleicht könnte man da unten durch. Aber scheinbar nicht. Wie komme ich denn? Wie komme ich da denn hin? Ach. Da ist erstmal ein Mörder. Hallo, Mörder. Hallo, Mörder. Tot. Wichser. tot ach so, ach die haben nen Bürger festgenommen ok wie komm ich hier zum Teufel rein nein so eine scheiße oh was was alter, was war das denn hui 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 das gab aber gerade gut auf die Fresse Kelche in Notre Dame finden wie find ich die denn in Notre Dame wie komm ich überhaupt in Notre Dame rein was soll das denn hu hu hui hui hi na was bin ich ein Bastard, hast du mich gerade ein Bastard genannt du Drecksack ich muss aber sagen, dass die Kämpfe fand ich geiler in Assassin's Creed 4 wesentlich geiler die sahen auch wesentlich besser hab ich vielleicht äh ah, da könnte ich mal noch hochgehen so ultra, ultra weiche Schatten habe hier plus txxa, blooming so, ja jetzt hängt es ach du scheiße tschuldigung äh das war nicht so geplant mh ja, äh das hat dem Ding glaube ich den Rest gegeben ja so, okay damit haben wir es dat ist wieder flüssig dat ist schön nein nicht für die Revolution na komm Drecksack so mal schauen was ist nur so dabei na super das sind wir uns hier überhaupt nicht wie komme ich in Notre Dame rein ey, ist das da ernst ich gehe nochmal hoch das muss doch irgendwie übers Dach gehen sicherlich ich werde gerade beobachtet die Kelche in Notre Dame finden ja schön dafür muss ich erstmal nach Notre Dame rein äh äh komm ich hier irgendwie hier so ja na dann gehe ich halt hier hoch gibt es hier nicht irgendwo einen Eingang ja also langsam weiß ich irgendwie nicht mehr so richtig weiter ich habe es unten versucht ich habe es hier versucht ich bin oben eigentlich relativ überall lang gelaufen keine Ahnung ey keine Ahnung ey den ich vielleicht nicht reinkomme war eine nette Idee funktioniert leider nicht so wie ich möchte Scheiße ey wie komme ich denn da rein hier vorne irgendwo in den Türmen war ich hier nicht schon habe ich das nicht schon ausprobiert gehabt oh schlechte Idee ja sehr schlechte Idee hier ist so ein Dingens hm komm ich hier nicht irgendwo hoch scheinbar nicht ne irgendwo irgendwo hoch Mensch komm schon so ein Dreck wo komme ich denn rein hier ach du Scheiße wo w-w-w-w-w-wes na super ey wo hier komme ich nicht rein Bis bald. Bis bald. Bis bald.